Hey, ho! Hier wieder euer DaSteffen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit meinen Schaffreund. Den versauten Schaf. Ja, ich mein dich. Ich rede mit dir, mein Freund. Guck mal, ob ich mit der Rede. Ja. Ja, guck, das ist schon wieder auf meinem Bett. Es ist schon wieder bereit und willig für... irgendwelche Krankenspieler. So. So. Komm, was hab ich? Ich sollte mal... erstmal speichern. Warte mal bitte einen Moment. Abspeichern tust du das mal sicher halber. Weil dann hab ich es wenigstens abgesichert und kannst da wieder neu laden, falls ich nicht zurückfinden sollte. Was ich vielleicht theoretisch befürchten könnte, dass das passieren könnte. Und jetzt gehen wir einfach mal... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Schwer sollte ich mir auf jeden Fall mitnehmen, ist es sicher. Ja, jetzt hängst du ungefähr drauf. Also, ich müsste ungefähr hinhauen dann direkt, wenn ich zurücklaufe. Und sonst kann ich mich jetzt nacht ja da irgendwo eingraben und... bei der nächsten Folge mache ich dann weiter, wenn wieder Tag ist. Warte ich so lange? Ne. Dann machen wir noch eine Nachttour. Aber auf jeden Fall, schauen wir mal, was es hier noch so alles gibt. Jetzt sollte man nicht trennen, sonst ist meine Ausdauer gleich im Arsch. Das wäre keine gute Idee, das zu machen. Weil wenn du am Anfang schon hier hungrig bist, kannst du gleich aufgeben. Ich möchte einfach mal... ein bisschen erkunden gehen hier und schauen, was es hier so gibt. Weil das interessiert mich schon mal ein bisschen hier. Mhm. Der Durchgang. Da sehe ich auch gleich Eisenerz. Also, wenn wir irgendwo Eisenerz finden, das werde ich definitiv immer versuchen, gleich mitzunehmen. Das war natürlich dann wieder... das Risiko groß, dass man eventuell sterben könnte. Weil man ja wieder etwas hochwertige Ressourcen mit sich mit trägt. Aber das Risiko gehe ich mal ein. Und damit das Eisenerz ein. So. So. Da haben wir schon gleich mal 14 Eisenerz gefunden. An einer Stelle. Gleich am Anfang unserer kleinen Erkundungstour. Das ist natürlich sehr praktisch. Wenn es am Ende gewesen wäre, wäre es noch praktischer gewesen. Da hätte man dann... Am Ende eingesammelt und mitgenommen. Aber so hat man es schon am Anfang und verliert es, wenn man stirbt. Aber naja. Das Risiko gehen wir mal einfach ein und nehmen es mit. Und schau mal, was es hier noch so gibt. Oh, Pumpkin. Das ist geil. Den nehme ich natürlich mit. Die Blumen nehme ich auch mit. Und das Rohrrohr nehme ich auch mit. Weil da kann ich mir eine Karte draus bauen. Achso, ich wollte mir eine Blockaderkarte bauen, ne? Eigentlich. Ach, ich bin doof. Dann baue ich die Karte, wenn ich wieder zurück bin. Das ist nicht das Thema. Ah, das ist noch ein Pumpkin. Den nehme ich auch mit. Das nehme ich einfach alles mal mit hier. Wenn es so schön da liegt, um mitgenommen zu werden, nehme ich es mit. Ich hoffe mal nur, dass meine... Blumen dann nicht eingehen. Wenn sie kein Wasser bekommen. Und ich dann nur noch verwelkte Blumen habe. Das wäre dann natürlich der... Obergau. Der Oberklassiker. Aber ich denke mal, das wird nicht passieren. Sowas gibt es bei Minecraft denn nicht. Dass sowas vertrocknen kann. Bei Eco schon. Aber naja. Und ernst? Ist das schon dunkel? Das Spiel will mich doch jetzt nicht verarschen. Dass es jetzt schon sagt, es wird dunkel. Komm schon. Come on. Come on. Tu mir den Scheiß nicht an. Hm. So. Da hinten waren die Pumpkins. Egal. Ich gehe in die Richtung. Weil ich wollte da hinten mal schauen, was es noch gibt. Also Tiere werde ich auch auf jeden Fall einsammeln. Nahrung. Wir versuchen sehr auf Vegetarische zu gehen hier bei Minecraft. Aber manchmal werde ich wahrscheinlich schon mal ein paar Tiere einsammeln. Es dient ja nur den Überleben. Den Survival. Aber ich glaube da ist das Spiel Eco noch etwas äh. Intensiver was das angeht. Da muss sie sehr oft was essen. Da ist Minecraft echt noch äh. Harmlos dagegen. Hingegen hat sich der Entwickler von Eco echt was äh. Einfallen lassen. Also ohne Scheiß. Das ist ein klasse Spiel. Ich habe es auch schon mal angespielt kurz. Um zu testen wie es ist. Also. Ich kann nur sagen. Es ist eine Riesen Kongress gegen GertiWurst und äh. Minecraft. Also die können gegen GertiWurst echt einpacken. Ohne Scheiß. So. Der Entwickler von CateriWurst hat sich echt mega Mühe gegeben mit dem Spiel. Da kann man echt nichts sagen. Und ich höre die Spinne. Ich sehe auch die Creeper. Die braucht nichts sagen. Und ich sehe auch den Zombie. Die Spinne bleibt im Abstand. Da bin ich ja sehr zufrieden damit. Aber da ist noch eine Spinne. Zu früh gefällt. Das Steffen. Die Monster Party im Gange, wa? Aber es geht noch. Ich kann mich noch äh. Werden Slava, wie es aussieht, he? Da gehen wir mal hin. Also das interessiert mich jetzt hin, was da leuchtet. Könnte man vielleicht in der Folge noch schaffen hinzukommen. Ich nehme mal den umgekippten Baum hier mit. Ich denke mal, da soll einen ungekippten Baum äh darstellen. Lass mich in Ruhe. Also ich denke mal, dass es ein ungekippter Baum sein soll. Von der Darstellung her. Da gebe es im Mindest Sinn. Boah, gleich zwei Creeper. Ihr habt wohl den Arsch offen, oder was? Hier rein Spastis. Übertreibt man Spaß nicht. Äh, wir kommen mal ab hier heran. Weil die Creeper sind eh nicht so schnell wie ich. Die kommen ja nicht hinterher. Guck, und schon haben sie auch gegeben. Die geben nämlich so leicht auf die Gegner. Wir hätten jetzt ein Lava-Becken. Schon auch richtig geil. Hier geht es in eine kleine Höhle, wie es aussieht. Können wir mal anschauen. Waren muss man eine Höhle? Weil es ist eh nacht. Ach, das ist schwer raus. Okay. Doch keine Höhle. Nur ein kleiner Durchgang. Ich habe gedacht, das ist eine lechte Höhle. Aber nein. Angearscht. Keine Höhle. Mann, hier geht es aber auch ab hier. Das ist die Monster Village hier. Ich treffe, wo ich das hoch springe. Hä? Die spinne man jetzt auch gut. Ich bleibe hier nicht umstehen. Also ich buddle mich jetzt irgendwo hier ein. Also offen bleibe ich nicht stehen. Also ich bin nicht äh... Lebensmüde. Äh... So. Äh... Wo ist die Erde? Hier. Bis morgen früh meine... Äh... Freunde. Ich baue mich mal zur Sicherheit ein hier. Ich habe nämlich Angst. So. Und an der Stelle beende ich die Folge mal. Und würde sagen, wir machen unsere Erkundungstour in der nächsten Folge weiter. Und ich glaube, ich muss mal meinen Akku aufladen. Der Akku wird langsam leer. Habe ich doch Glück gehabt. Also dann bis zur nächsten Folge. Euer Darth Steffen. Möge die Macht mit euch sein. Und wie immer. Schau mit V. Und selbe Stelle, selbe Welle. Und schaut auch gerne bei meinen anderen Projekten vorbei. Würde mich sehr darüber freuen. Möge die Macht mit euch sein. Meine jungen Padawane. Darth Steffen sagt noch einmal Schau.